Warum scheinen Tiere friedlicher zu sein als Menschen? Ihr könnt nicht so friedlich sein wie eine Kuh, besucht so hart, wie ihr wollt. Oder? Könnt ihr? Ihr könnt es nicht. Ihr könnt es euch einrichten, esst etwas, heute gibt es nichts, aber ich glaube, ein Restaurant hat auf. Esst einfach viel Pongal. Das reicht meistens. Wisst ihr, warum die Menschen im Süden so friedfertig sind? Ihr esst hier viel Pongal. Oder? Sehr friedlich. Das wirkt. Also, die Leute haben das ausprobiert. Exzessives Essen, Rauschmittel, übermäßiger Genuss von Freuden. Mit all diesen Dingen haben sie versucht, eine Art Frieden in sich selbst zu schaffen. Du dachtest, du hättest es erreicht, aber im nächsten Moment weißt du, dass du nicht da bist. Es hat dich schon oft getäuscht, nicht wahr? Oder? An einem Samstagabend traf sich deine ganze Familie, ihr alle hattet ein wunderbares Abendessen. Ihr dachtet, das sei der Höhepunkt der Welt. Alles ist so wundervoll, magisch. Morgen früh erkennst du, puff. Nicht, weil mit deiner Familie etwas nicht stimmt. Es ist nur so, dass du mit einer eingeschränkten Wesensform versuchst, einen unbegrenzten Raum zu schaffen. Das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Ohne, dass da etwas falsch liefe, es funktioniert einfach nicht. Es gibt viele große Dinge in der Welt, die nicht funktionieren. Ich interessiere mich einfach nicht für sie. Das ist alles. Seid ihr an großartigen Dingen interessiert? Seid ihr an großartigen Dingen interessiert? Danke. Ich interessiere mich nicht für großartige Dinge. Ich interessiere mich nur für Dinge, die funktionieren. Es gibt viele großartige Dinge. Leute behaupten, es gäbe großartige Dinge, aber die funktionieren nicht. Die haben noch nie für jemand funktioniert. Das sind großartige Dinge, weil jemand das behauptet. Das sind großartige Dinge, weil jemand zu viel von sich selber hält und alles, was er macht oder sagt, großartig sein muss. Aber die Dinge funktionieren nicht. Wir suchen etwas, das funktioniert. Wenn ihr die Richtung eurer Erfahrung in diesem Augenblick bestimmen wollt, zu 100%, beginnt ihr festzustellen, dass eure Beine, die verdammten Beine wahnsinnig wehtun. Aber trotzdem. Es fängt an zu funktionieren. Wenn ihr das Wesen eurer Erfahrung in diesem Augenblick bestimmt, zu 100%, sagen wir, wir nehmen das jetzt an, ihr tätet das. Müsste euch dann jemand auffordern, schaffe dir bitte eine angenehme Erfahrung? Müsste euch das jemand sagen? Nein. Wenn euch also jemand sagt, du sollst leben, sei glückselig, das ist dann alles Schwachsinn. Ja oder nein? Nein. 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 Weil niemand euch sagen muss, sei nett. Das Problem ist, dass ihr nicht in der Lage seid, die Art eurer Erfahrung selbst zu bestimmen, nicht wahr? Oder? Das Problem ist, dass ihr, warum auch immer, nicht in der Lage seid, die Art eurer Erfahrung selber zu bestimmen. Wenn ihr die Art eurer Erfahrung selber bestimmen könnt, müsste euch niemand mehr sagen, seid glückselig, seid liebevoll, seid glücklich, seid dies oder das. Das alles kommt von, ihr wisst schon, fragmentierten Vorstellungen vom Leben. Ihr seht jemanden kämpfen und sagt, sei liebevoll, ihr seht jemanden unglücklich und sagt, sei glückselig, das ist geradezu eine Beleidigung. Wenn jemand sehr unglücklich ist und man dann hingeht und sagt, sei glückselig, ist das sehr unverschämt, nicht wahr? Nicht? Aber so sind die ganzen großartigen Lehren auf diesem Planeten, die schon seit Jahrhunderten verbreitet sind. Die sind all die großartigen Dinge, die nie funktioniert haben. Daher schauen wir uns einfach an, wie ihr die Art eurer Erfahrungen bestimmen könnt. Wenn ihr euch darum kümmert, was Erfahrungen in euch auslöst, wenn ihr diesbezüglich eine Verantwortung übernehmt, dann bin ich 100% sicher, ihr werdet es für euch sehr angenehm machen. Und ich bin mir auch sicher, wenn ihr euch in euch selbst sehr wohl fühlt, ihr ganz natürlich auch angenehm zu jedem um euch herum seid. Leider haben es Leute auf sich genommen, die Menschheit so stark über ihre eigene Wesensart durcheinander zu bringen. Schaut, es ist sehr einfach. Dafür braucht ihr keine verdammten Schriften oder einen Guru, der euch das sagt. Es ist sehr einfach. Was auch immer die Art eurer Erfahrungen ist, es passiert in euch. Stimmt das? Ihr braucht kein großartiges Yoga oder eine Schrift oder einen Guru oder einen Stein, der vom Himmel fällt, um euch das zu sagen. Wenn die Art eurer Erfahrungen, was auch immer die Art eurer Erfahrungen ist, ob es Angst, Zorn, Liebe, Hass, Verzückung, Qual ist, all das passiert aus eurem Inneren heraus. Es wäre für Menschen sehr natürlich zu schauen und zu erkennen, wie ihr das zu einer sehr angenehmen Erfahrung machen könnt, nicht wahr? Wenn ihr sie nicht verwirrt hättet mit Gott liebt euch von dort oben. Wenn ihr nicht die Liebe in den Himmel exportiert hättet, wären viele Menschen sehr liebevolle Menschen. Aber nun haben wir sie da nach draußen exportiert und müssen sie zurück importieren und für den Import braucht ihr eine Genehmigung. Und es gibt hier Agenten, die diese Genehmigung nicht so einfach ausstellen. Sie wird nicht ankommen, weil alle Liebe in den Himmel gegangen ist. Wie bekommen wir sie jetzt? Hier steht ein Priester mit einer Genehmigung. Ergibt sie euch nicht. Ob ihr Glückseligkeit erfahren wollt, ob ihr Liebe erfahren wollt, ob ihr Ekstase erfahren wollt, was auch immer für Zustände der Annehmlichkeiten Menschen gekannt haben, sie sind aus ihrem Inneren gekommen. Ist das so? Daher gibt es keine Notwendigkeit, irgendwo irgendeine Genehmigung zu beantragen. Ihr müsst nur willens werden, das hier zu erforschen, um es in den angenehmsten Zustand zu versetzen. Nicht, weil es eine Tugend ist. Liebe ist keine Tugend. Glückseligkeit ist keine Tugend. Angenehm zu sein ist keine Tugend. Es ist einfach so, dass dies die Art ist, wie ihr euch ersehnt zu sein, nicht wahr? Es geht nicht darum, dass ihr in den Himmel kommt, wenn ihr liebevoll seid. Es geht nicht darum, dass ihr in den Himmel kommt, wenn ihr ekstatisch seid. Es geht einfach darum, dass ihr, wenn ihr liebevoll und ekstatisch seid, gar keinen verdammten Himmel braucht. Menschen, die aus sich selbst eine Hölle gemacht haben, wollen in den Himmel. Wohin wollen dann Menschen gehen, die aus sich selbst einen Himmel gemacht haben? Es ist ihnen egal, wo zur Hölle sie auch immer hingehen. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, wenn ihr sicherstellen wollt, stimmt die Lautstärke? Wenn ihr sicherstellen wollt, dass die Klänge, die dieses hier hervorbringt, gut sind, je mehr ihr von diesem ganzen Mechanismus kennt, desto schönere Klänge werdet ihr hervorbringen, oder nicht? Manchmal klappt das zufällig, das ist etwas anderes, aber je mehr ihr davon versteht, desto besser. Wenn ihr ein Tontechniker seid, produziert ihr guten Klang. Und wenn ihr ein Techniker des Inneren seid, gestaltet ihr das so, wie ihr es wollt. Das ist alles, was es braucht. Es braucht dafür nichts. Es ist nur so, dass, weil es in einer anderen Richtung liegt, als in der, in der ihr ständig mit eurer Sinneswahrnehmung schaut, braucht ihr vielleicht Hilfe. Nicht unbedingt. Aber im Allgemeinen schon. Ihr braucht ein bisschen Hilfe, aber das ist es auch schon. Die Gnade ist genau diese Hilfe, dass sie eine förderliche Atmosphäre für den Einstieg erzeugt. wenn irgendeine Maschine gut funktionieren soll. Leute drücken das heutzutage oft so aus. Muss sie gut geschmiert sein. Versucht das mal selber, was auch immer ihr für großartige Autos habt. Versucht die mal ohne Schmieröl zu fahren. Es dauert keine zehn Minuten, bis es zerstört ist, oder? Es ist das Schmieröl, das es am Laufen hält. Ohne das kleine bisschen dünnen Schmierfilm ist diese gesamte Maschine in kürzester Zeit zerstört. Die Gnade ist genau das, dieses bisschen Schmieröl, durch das die Dinge reibungslos laufen. Das haben sie angefangen, als Flüssigkeitstechnik zu bezeichnen. Alle haben damit angefangen. Es ist aber passend. Es braucht dafür einen Flüssigkeitstechniker. Also braucht das ein wenig Technik. Gnade ist nur ein Schmiermittel. Wenn ihr versucht, ohne das Schmiermittel zu funktionieren, wird die Reibung, nur die Reibung des Lebens, hat so viele Menschen zerstört, nicht wahr? Oder? Dabei haben sie nichts Großes getan. Nur einfache Dinge. Sie wurden ohne ihr Zutun geboren. So etwas Großes haben sie gar nicht gemacht. Das ist ihnen einfach passiert. Sie wollten nur gut essen, gut schlafen, ihre grundlegenden Bedürfnisse befriedigen. Das ist alles, was sie wollten. Wie viele Menschen sind bei diesem Vorgang zerbrochen, verbittert und zerstört worden, weil das Schmiermittel fehlte? Ansonsten fehlte ihnen nichts. Sie versuchen, ihre Motoren ohne Schmieröl zu betreiben, sonst nichts. Und versteht, dass sogar eure Mobiltelefone funktionieren, weil der Klang durch die dünne Luft geleitet wird, nicht wahr? Hm? Wir können das einfach stören. Ihr kennt die Werbung, Hallo, Hallo, Hallo? Habt ihr die gesehen? Mobiltelefone sind dazu geworden, weil es ein bisschen Störung gibt. Das ist es, was mit dem hier passiert. Dies ist ein weit höher entwickeltes Instrument als alles, was ihr kennt. Dies braucht ein klein bisschen Aufmerksamkeit. Wenn ihr aufmerksam seid, lohnt sich das. Das ist es, was ihr habt, zum H Heart und k elemento jemanden. König ein bisschen nur in dem Seni Pamlin hat. delefone, Wenn ja wir mal arbeiten, wir fühlen wir dafür. Vielen Dank.